Andere Geschichte, die ist noch schlimmer. Also ich habe den Neckertuch nur weg. Also wir alle sind weg im neuen Weltmeister. War das lauter, oder? Ja. Der Gebieter sollte eigentlich nach München gehen. Die Familie hat ihn bestellt, aber die wollen also richtig, weil man ja nach Standard das alles kopieren. Ich habe gesagt, gut, das darf man in Deutschland nicht. Gott sei Dank habe ich noch meine Erkrankung erfüllt und durchfällt für nervamtliche Genehmigungen. Also mein Tier. Da haben wir aufgekommen, haben wir ihn also getötet lassen. Wir sind auf den Urlaub geflogen und ihr Vater hat...